sein bedeutet oder so und dann halt auch noch glaubt von von weiß nicht ob es Sebastian war oder so dass das begrenzt heißt und dann haben ein Freund und ich so gesagt ja begrenzt weißt eben im geistlichen Sinn also dass man etwas dumm ist und dann sagt er so halt begrenzt mit K und E verstehst also Kranz also Krone oder sowas Alter wie kommen auf das Adjektiv begrenzt mit Begrenzt das gibt's doch nicht so komisch wurde zu dir noch nie gesagt du bist begrenzt nee in so einem Sinn noch nie jetzt mal jeder Handstrecken der oder zu dem schon mal gesagt wurde du bist begrenzt ich bin mir nicht sicher ob Sebastian war hab ich glaub na komm witzigerweise haben wir heute ja in der Schule haben wir am Laptop da bis er sagen guckt also nicht fragen warum und da hat einer aus meiner Klasse so spaßes halber Namen angegeben in Wikipedia und nach dem Ursprung geschaut und was bedeutet Vornamen richtig okay ja ja nachnamen hat irgendwie nicht so viel komischerweise hieß es Jan ist ein Männer und Frauenname schon mal gehört nach Wikipedia zu folgen also äh Jane ist ein Frauenname ja aber schauen wir Jan ist mit E am Schluss ich weiß und nicht mit ohne also ohne E ja weiß ich nicht wahrscheinlich geht schon ich weiß nicht wo das irgendwo ist äh hier oder stand da dran wo das war ihr könnt auch gerne mal nachschauen ja und irgendwie so war das und keine Ahnung ja Michelle und Kim und äh weiß ich's noch mhm ich kenn oder ich habe schon mal also meine Schwester ihr ihre Freundin ihr Freund so heißt auch Kim ihm sein Haus ist jetzt sein Bruder ach man irgendwie war auch nicht warum ich das nicht mehr schafft das ist ja voll mies wenn du sagen brauchst dann ja ich muss mich halt bei jedem Sprung konzentrieren man kann es nicht einfach du ich ja komm kann man es auch schaffen weiß ich einfach ab und zu denke ich die Sprecher ja toll nach Dominik's brauche ich nicht machen wir müssen uns er vorher abklären ich baue es in die Richtung so da hast du mir nicht wenn jemand fragt ich wusste davon nichts ich wusste noch nicht dass er das war ein Bauer möchte wo geht es erst mal einen Sprung schaffen damit man das Bett da ja ich bin irgendwie aus dem Server raus warum mal immer ja passiert oh nein jetzt haben alle die IP gesehen nein ihr kommt eh nicht drauf ha 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 also ich mache irgendeinen Scheiß wieder und sie kommt auch drauf ich schlafe jetzt hier ich hab den kann find yous Dominik was Dominik ja jetzt weiß ich was du fehl hast ja was sollst du eigentlich achteile dein Name ist sollte man auch richtig schreiber weißt wo wofür bist du geschlafen ich hab noch kein Bett ich geh ins rechte ich bin gestorben klar ja ich weiss meinst hab ich schon das ha schaffst du nicht mal den Sprung ich bin nicht ans Leidog gesprungen ja ok und ich hab dich rundherum gestoppt als er noch was weißt als er hat es geschafft ja ja aber nicht ganz keine Sorge ich lass dich nur ein bisschen spielen ja also darfst du auch noch ein bisschen Springer ich kippe jetzt da unten bald Wasser ok was was machst du eigentlich ehrlich ich dachte wir wollen hier wie Profis spielen und nun sowas nehmen wir doch ja eigentlich gar nicht Mann und nun was bringt es einfach mal da Wasser hin gar nichts guck mal was ich geschafft hab ja jetzt hast du so ein toll dann kann man das Wasser hochschwimmen ist ja cool boah wahnsinnig Alter lass die arme Kühe da Battle Royale Battle Royale welche Kuh gewinnt ich welche Kuh gewinnt ich natürlich ja ich bin die coolste Kuh da hast du dir selbst gemobbt mein Bett die hä ist das normal dass ich bin nicht von ganz oben in so kleines Wasser springen dass ich dann überlebt ich verstehe das nicht normalerweise muss es zwei Blöcke sein dann guck ich hab's auch überlebt hä ja nun was liegt denn da für scheiße also alguma also wir bauen jetzt hier eine theta einer Kuh farm wenn das recht ist und ja ich komme auch ich habe da ich versuche das loch zu springen wo habe ich es auch in baut ich werde nicht sagen aber langsam gehe oder wird das keine 500 jams mehr ja ja ich fliege wieder hoch und ich springe mein loch rein ich muss mich schützen hallo opfer was du opfer ich bin absichtlich rein und du sagst wie weit sind wir schon oben voll extrem ja ich nett wir sind da nur weit weg das war eine kuh ja ach ja ich bin ja die kuh ach ja ich habe lehle und so scheiß dabei ja jetzt nicht mehr ja ich habe die kuh drauf war cool gell kann ich auch da oben critical hit machen ach ja die zeit ist um ich glaube schon eine ganze weile wie ich gemerkt habe ja ich würde sagen dass wir es noch ein bisschen weiter machen so dass dann so dass sie dann zwei parts ja volle zwei parts draus machen genau dann tun wir uns halt in der einen folge halt nicht verabschieden ist ja nicht so tragisch dann tun wir es halt kacken und wie wollt ihr das eigentlich sollen wir in jeder folge oder halt begrüßen und verabschieden oder ist es eigentlich oder einfach am anfang am ende er könnte mal anfangen also ich ich kann mich jede 15 minuten und eigentlich begrüßen sich als nicht so anstrengend alter was machst du da das ist ja nämlich schön wo bist du oben ja irgendwann kommt er damit Lava noch her nein wäre aber wahrscheinlich besser weil ich falle ganze zeit in das blöde wasser und überlebt dann auch noch das ist immer das blöde ah Junge so ganz einfach was machst du jetzt schon wieder so man ich hab das wasser hier oben weg gemacht ja du hast vorher hingesetzt und mann ich habe doch geschafft das einfach nicht ins wasser fallen ich falle ja aber immer ins wasser man menge ich habe mir jetzt mein loch habe ich auch ein loch grabe aber ja ich bin sogar gestorben cool dauert es aber voll lang deshalb macht man ja da haha kann ich jetzt aushalten ja boah du bist voll das opfer bist aus der welt gefallen ja ja du auch schon mal hey sorry das muss ich finde es halt witzig troll 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 lol lol ich kann nicht voll aufschlagen ich komme hinterher ich gebe die critical hit aha geht nicht mehr ja ich muss wieder ins loch fallen bam bam ja ich fall out of the world haha geht es in wirklichkeit auch hahaha ja ja die folge ist auch merkwürdig drauf ja immer weg alles immer weg wir ja klar immer stimmt aber auch Mann ich schaff den sprung den komforten hast du geschafft ja jawoll ah ich nehme jetzt komm guck critical hit critical hit guck der der Marvel behandeln die Kühe voll schlimm ich treff die gar nicht ja das kann schon heute nicht sagen hab ich da kein Wasser mehr hast du das welche weggemacht nee Spack sicher kann nicht sein ja guck da hat ihn doch nicht ich hab dich gar nichts lager ja das hat keiner gesagt ja das war die Kuh ja bam die Baloo Kuh klar oh komm so hm sag sag hm 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 jetzt ich hab es eigentlich ganz gut geschafft so immer recht weit aber dann doch nicht du du ich habe es geschafft und wenn du mich jetzt runde schlägst bin ich traurig ich schlage ich nicht runter keine Sorge ich laufe aber runter ich fall fast in mein Loch reingeschaft das benutze ich auch'mals Loch Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also, jetzt nicht da an das eine denken, ja? Mach du, Alter. Was denn? Was denn? Ich hab dich gar nicht geschlagen oder geschubst. Deine Denkweise. Ach so, nein, ich möchte nur die Menschen außerhalb davon bewahren, an solche Taten zu denken. Das wäre nämlich nicht sehr akzeptabel. Ich weiß noch, komm, ich treffe Ausloch. Ha, 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 ha. Wenn unsere Zuschauer, äh, äh, sagen wir mal, 30 plus sind, ist das doch in Ordnung. Aha, ich hätte auch kurz warten sollen und erst mal schauen, wie das Ganze wird, weil ich hab's nämlich bis in Weidung geschafft als sonst. Ach so. Gut, dann teleportier mich mal zu dir, damit wir betten, damit der Bettebauung. Ich würde bauen, dass keine Betten. Ähm, wir können auch nicht in jeder Stage mehrmals Betten bauen und ich, wenn wir auch den Bonus schaffen. Was ist ein Bonus? Man darf doch pro, äh, wo zum Denk, nur einmal schlafer, theoretisch, weil ich will. Und du willst dann an der Öfters, so, ja, toll. Nein. Das sind so blöd, fallen in mein Loch rein. Naja, wer? Du. Ne, die Kühe. Echt? Ich bin da, ich, ich. Ich baue die Erde ab. Ah. Da baue ich mir nachher ein Haus. Ah, der... Okay, wir bauen da... Wir bauen hier auf der Map und Sachen Häuser. Hier setzen wir das Let's Play Together fort, am besten da unten. In der Tat. Ich finde, das ist eine schöne Weide mit vielen Tieren, ja. Ja, hier oben haben wir auch viele Rohstoffe und so. Klar. Und dann können wir einen coolen Keller bauen. Ah, mal gut. Äh, komm, wir sind noch wachwann. Fast so gut wie der in meinem Let's Play. Ich kenne mich gar nicht ab und zu aus. Ach, ja, äh, wie lange würdest du noch machen, die Folge, oder? Moment, Moment, wir warten kurz, wir warten kurz, warten, 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 ich gucke halt auf die Uhr. Ich gucke halt mal nebenher, Moment, stopp, warte, warte. Ich sag's gleich. Okay, ich würd sagen, dann war's das mit dieser Folge. Doppelfolge, Eos. Doppelfolge. Ja. Und dann würd ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.